Möchten Sie in der Zukunft im Bereich Gesundheit arbeiten und das Vollabitur erwerben? Dann machen wir Ihnen ein interessantes Angebot. Das berufliche Gymnasium für Gesundheit, ganz neu am Helene Weber Berufskolleg. Dieser Bildungsgang mit den Leistungskursen Biologie und Gesundheit dauert drei Jahre. Am Ende steht das Vollabitur mit beruflichen Kenntnissen. Er verschafft Ihnen eine fundierte Basis für gesundheitliche und medizinische Berufe. Das berufliche Gymnasium für Gesundheit am Helene Weber Berufskolleg ist Ihr Sprungbrett in Ihre berufliche Zukunft.